Moin moin Lotties und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video und mal wieder zu einem kleinen Spoiler. Und zwar habe ich hier sehr viel entdeckt in Fort Pinta und zwar ist das alles auch irgendwo so ein bisschen basierend darauf, was das Dable geschrieben hat zum nächsten Update. Und zwar, ich blende euch das auch mal ein, dass es da am Strand was geben wird und da habe ich direkt an Fort Pinta gedacht und dann war ich letztens hier, habe gelevelt und habe das Fort Pinta gemacht und dann denke ich mir auf einmal so, was ist denn jetzt los? Und Fort Pinta sieht auf einmal ganz anders aus. Oder was heißt ganz anders? Aber hier sind einige Dinge verändert worden. Ich denke, das ist schon ein Teil des Updates und ja, ich zeige euch jetzt mal die ganzen Sachen, die neu sind. Und am Ende habe ich noch so ein paar Vermutungen, was das vielleicht zu bedeuten haben könnte. Und zwar haben wir ja hier immer diesen Steg und eigentlich gab es ja hier immer diesen riesigen Turm mit den Sprungbrettern und das wurde jetzt so hier gestaltet, wie ihr seht. Also das sieht jetzt schon deutlich anders aus als vorher. Also ich finde, das kann man auch sehr eindeutig sehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob dieses Rettungsboot vorher auch schon da war. Ich glaube nämlich nicht. Ähm, aber ich bin jetzt auch nicht so oft hier in Fort Pinta, dass ich das so genau sagen könnte. Ähm, ja, hier haben wir eben dieses veränderte Sprung-Dingster-Boomster, diesen Sprungturm. Und dann würde ich sagen, kommen wir direkt zur nächsten Sache, die neu ist. Und zwar, also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, es ist neu. Und zwar gibt es hier einen Steg. Also auf jeden Fall wurde mindestens was daran verändert. Auch dieser Bretterweg hier. Und hier ist so ein Bötchen daneben. Hier ist auch so Angelausrüstung und hier haben wir halt so einen Steg. Und bleibt dran, die größten Veränderungen kommen alle noch. Dann, die Schaukel stand, glaube ich, schon immer hier. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Das könnt ihr auch gerne mal in die Kommis schreiben. Ob ihr glaubt, dass die Schaukel schon immer da war, da war ich mir nicht ganz sicher. Und hier kommt eine der größeren Veränderungen. Und zwar kann man hier von beiden Seiten hochreiten. Zu dieser Mauer und nach Volpinter selbst. Und vorher war ja hier immer dieses Geschlängele. Also hier war ja dieser Turm mit diesen Treppen. Und jetzt gibt es halt hier so eine große Treppe. Und hier kann man auf beiden Seiten halt so runter. So ein Felsenschlammzeug runter. So würde ich das jetzt mal bezeichnen hier. Und das finde ich eigentlich auch voll cool. Weil dann kann man eigentlich schöner rauf. Generell finde ich, das sind schon Sachen, die es schöner machen. Und ich war immer so absolut angenervt von diesen Treppen. Ich sag's euch. Weil dann musste man immer langsamer machen wie in diesem Geschlängele und so. Nee, 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 das war nichts für mich. Dann kommen wir hier mit der größten Veränderung, würde ich so sagen. Gemeinsam mit dieser neuen Treppe. Und zwar gibt es da eine Insel. Die wir dort haben. Ich probiere die mal so ein bisschen besser einzufangen. So. Hier sehen wir sie einmal. Und zwar, ja, ich finde die sieht auch so ein bisschen tropisch fast schon aus. Ich weiß nicht wieso, aber keine Ahnung. Wirkt auf mich so. Also hier sind viele Kräuter und so, die man da sieht, die wachsen. Und ein Baum, so Hügel. Ich hab mal probiert, darüber zu kommen. Ich hab's bis jetzt noch nicht geschafft. Aber ich probier's gleich nochmal. Und werd, solange ich's probiere noch, so ein bisschen meine Vermutungen dazu äußern, was sie geben könnte. Also ich denke mal, strandfest bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich meine, Star Stable hatte das gesagt, dass es entweder nicht mehr kommt oder nur noch einmal. Aber ich meine, dass es nicht mehr kommt. Da bin ich mir aber ehrlich gesagt auch nicht so sicher. Aber ich meine, so war das nicht. Ich glaub, da kommt man nicht hin. Hab ich eben auch schon mal von da probiert. Aber ich glaub, man kommt grad noch nicht auf die Insel. Vielleicht ändert sich das ja noch. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass da nicht unbedingt das nur mit einer Party zu tun hat, einer Strandparty. Muss ja nicht das sein. Sondern kann auch einfach, finde ich, sein, dass einfach ein Forbwinter-Update ist. Und dann eine Quest hier kommt am Strand. Und ich hoffe, dass man demnächst rüberkommt zur Insel. Vielleicht irgendwie so eine Mini-Fähre oder sowas. Ja, ich denke, es wird vielleicht generell einfach mal ein bisschen was in Forbwinter getan. Das ist eben mit einer Quest verbunden. Das wäre so meine Idee. Ich glaub, nicht unbedingt, dass was mit einer Strandparty zu tun hat. Oder wie das nochmal hieß hier. Ich hab's vergessen. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen weiterhelfen. Falls ihr euch auch schon gewundert habt, was hier in Forbwinter los ist. Oder euch überhaupt auf die Idee gebracht, mal da zu gucken, was da los ist. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt dem doch gerne ein Like. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Lasst auch gerne einen Kommentar da. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao!